Hallo und willkommen auf meinem Kanal Marcel Darf es erstmal. Heute bin ich unter Heway mit der Flamme wieder. Servus. Hallo. Und dann gehen wir gleich ins Game rein. Bis gehörter. Ich bin Sand im Getriebe. Ah ja. Ach das schaut so schön aus. Marcelo, räuchst du dich zu graben? Ja, das ist richtig. Graben. Zuschauer freut ihr euch? Nein. Nein. Alter, das wird so schön. Nein. Ich hoffe, dass es mich hier heute schon wieder ein. So. Ilfin. Äh. Kumpi-Kuh. Kumpi. Hilfe. S. Kumpi. Kumpi. Hier ist es. Ich mach das mal okay. Äh. 3. Machst du bitte nicht drüber laufen. 5. 5. Äh. 2. Yeah. Jetzt haben wir das hier schon mal. Äh. 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 Die Frage ist, was soll man das hinmachen? Marcel ist unser Paket stecken. Ah. Hilfe. Ich bin untergegangen. Alter. Ich heißt Flammeherz und nicht Sandherz. Aber jetzt schon. Was? Aber jetzt schon hast du Sandherz. Nein. Doch. So. Auf dem Deckel. Was muss denn auf dem Deckel Marcel? Ähm. Verderbbar. Komm mal. Hilfe. Ich sterbe. Hilfe. Ich steck. Hilfe. Hilfe. Ich steck. Ich steck. Ich steck hier echt fest. Hilfeometer. Oh. Was soll ich machen? Gern? Huh. Hä. Und dann? Nichts. Ah. Nichts. links hat da links links mach jetzt du bist du hast du nach vorne da links liegt auch einer sagst du schon ach so ja okay jetzt jetzt haben wir es geschafft so jetzt kommt das noch mal an wo muss es hier so kurz von aufkleber dahin oder er macht es einfach wieder mit aus ist okay hallo ich bin in aufnahme ja ja mach ja ist denke ich auch noch so mach mal ist das jetzt mal was er ist muss auf den knopf gehen nicht gut da bin ich gut bis wunderschön ich mache es mit leg 2 hoch ich bin wieder was bringen die spiegel nächste frau ich bin gerade gestorben 224 bin ich gut aber wir hast du es gemacht ich die spiegel ich habe hier nicht in spiegel sehen sie ist nicht hier spiegel diese spuren was darüber gestalt ach so du bist gut links so ich war zerbrechlich ich war ich habe nicht darauf gehört was drin war aber ich glaube jetzt so ich glaube legt es nach süden was denn was denn was denn was hier ist es schwerer schuld jetzt es ist schwer schwer ahhh muss schwer da drauf machen muss schwer was mag das so schwer da oben und dann sehen dass wir fragen kann was deswegen mache ich denke es wird noch ein bisschen dauern ist doch nun ja es wird auf jeden fall noch kannst du bitte noch mal auf das paket gehen ein baby ok baby ist auch in norn doch nun das wird zerbrechlich 4 162 so hier ist das ding so backfische rechts sehr gut zerbrechlich hast du gesagt und du bist jetzt weg ich glaube ich finde es genau noch mal norden oder ich weiß es oben ist norden ja norden sorry ja hä? ok sünden jetzt hättest du in sünden ja oben ist norden nochmal ja aber es soll so schnell wie möglich ankommen stand drin graben alles norden 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 Hüpfende Pakete! Hüpfende Pakete! Ich bin, ich hab schon drauf gedrückt. Ich hab schon drauf gedrückt. Ja. Hüpfende Pakete! Hüpfende Pakete! Das klürt an Spaß. Achso, ich hab schon, wie das funktioniert. Yay, yay, yay. Ja geil, das würde Spaß. Das würde Spaß. Das würde mega Spaß. Ich bin drin schon. Komm Marcel, auf geht! Wow. Ähm. Du musst auf die Knappe dringen. Rund und hoch. Du musst runter. Runter. Warte. 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 Ah, okay, dann müssen wir da lang. Und dafür müssen wir erstmal das hier wegmachen. Okay. So. So. Wie geht das nicht? Hallo. Ah. Ehh. Zack. Das ist super. Das ist super. Ah, doch. Ich hab' ihn wieder gemacht. Ich hab' ihn wieder gemacht. Ich hab' ihn wieder gemacht. So. Ah, ich hab' ihn wieder gemacht. Ah, ich hab' ihn wieder gemacht. Das war aber gar kein von denen. Hä? Was soll ich in dem Brief hinmachen? Ich hab' ihn wieder gemacht. Ich hab' ihn wieder gemacht. Wow, bei dir zeigt es an. Ah, okay. Bei dir ist es Baby. Du musst ihn nicht rechnen durch. Okay, warte mal. Ne. Ich sehe sie das hier, Lake Barry. Oops. Lake Barry, auf geht's! Hey. Na, ich finde du cool. Na gut, der Brief ist weg. Na, ey. So. Das ist es. Zuerste Runde haben wir schon mal. War doch gar nicht so schwer. Ja. So. Jetzt schießen wir wieder ab. Oops. Und vergrüben uns wieder. Super. Hm. Hm. Mach, komm mal die Brief, da. Ja. Hier haben wir die Brief. So. So. gesendet ich finde es viel witziger als die anderen was es noch gab ja das ist einfach so entspannend und witziger dieses länder ist nicht nervig wenn die fliegen und sie sagen dass es nervig gewesen das mit dem fliegen ja was weiß doch hier ob man die kohle ja ich bin auf den fisch geklärt so nicht so schlecht man da mal gar nicht doch doch eine frechheit der schiebung betrug mit manipulation betrug betrug nächste folge ist was mit pflanzen aber das kommt dann bei mir mit dem werfen wer das gerne noch ein lecker und auch und schott gehen wie gesagt und sie sagt